und damit ein recht herzliches willkommen hier auf dem chrissy gaming kanal oder aber und so gewickt auf verlierer ja ja mach dich mal rüber auf den loser im ruf hier ja 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 Haben wir jetzt schon mal angefangen, oder? Ja, wir haben gerade die Begrüßung gemacht. Ja, ich habe gerade die Begrüßung gemacht. Achso. Danke für deine geile Begrüßung. Das passt ja. Richtig gut. Jungs, hast du mal unseren Kondos-Stank gesehen? Der schmeckt jetzt halt gut. Ja. Ab geht's an Einfahren, Junge. Ja, da geh ich jetzt runter. Ja, ich bin der Erste beim L.U. Was? Ich geh zum L.U. Hä? Ich bin beim L.U. So, weil ihr was braucht. Achso. Grüß Gott. Grüß Gott. So, und zwar... Was ist das? Und zwar unter meinem Hof gibt's ja eine so eine Wiese. Eine so eine kleine. Ja. Und zwar würd ihr die gerne abmähen lassen? Ja. Äh, wo? Wo? Trägen, man. Passt. Äh, Abrechnung schickt's bei dann. Jo. Ja. Äh, kennt ihr mir das einsammeln auch gleich? Ja. Ja. Wurden sie? Äh, in mein Log einmal würd ich sagen. Okay. Passt. Danke. Jo. So, jetzt sollen wir den Gegner vernichten, du. Ja, wieder schön hier alle geschnappt, Alter. Sie hat drei Mitarbeiter sind schon bei mir hingestellt. Ja, ja, ist klar, Junge. Na, zwei sind nochmal bei mir hingestellt, so. Ja, zwei, Junge. Ich nehm die doch grad, Alter, ey. Ganz ehrlich. Weg zur Pause um selber arbeiten, oder? So einer bist du, Alter. Ich arbeite hier noch selber und ihr macht gar nichts hier. Das ist alles... So. Hier steht mein Big M, Alter, gell? Also, ob der Kleint sich gerne einen Big M hat? Ja, ja, Junge, hab ich mir direkt gekauft. Was glaubst du, du? Ja. Mit was denn? Mit Bankfinanzierung? Mit Geld. Wie warst du sonst? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen wollte. Ja, arbeiten hoffentlich. Ich hab nichts zu arbeiten. Wie, du hast nichts zu arbeiten, was ist das? Ach, jo. So. Ach ne, Alter, ich seh grad schon was da unten. Was denn? Ja, guck mal kurz runter in den Channel. Was denn im Channel? Ja, nicht runter gehen, aber guck einfach mal einen kurzen Augenblick. Du hast doch zwei Monit-Tore hoffentlich. Ja, ich muss ja noch schauen, was du meinst. Äh, da seien wir zwei. Am DC, ja, da ist der Kevin, der Dings drin und der Levin ist da drin. Und jetzt ist der andere wieder weg. Und jetzt... Ich glaube, du musst deinem Kollegen mal ja nicht erklären, wo ich richtig mailen soll hier. Ich glaub, die Wiese gehört ja nicht... Sinha, das ist meine. Das ist meine? Was hast du mit dir? Was? Du hast sie gekauft? Das hast du aber gerne abgesprochen. Hä? Christoph? Ja? Brauchen wir Berechtigung oder irgendwas? Du bist irgendwie voll... Du bist da... Warte, komm mit einmal. Da auf wieder. Ich muss höher, du musst ja höher hinfahren, ey. Da, ey. Äh, äh, äh. Was bist du für'n Foxten, Alter? Junge, wir werden nicht vorfällig eingestellt hinter Lu, Junge. Opa, ey. Und der ist ja vieler schön gemacht. Ich glaub, da... Das ist die Kackwiese hier. Ja. Die Porsche auch. Oder? Passt das? Ne. Passt immer noch nicht. Hä, warte, aber ich geb auch mal den Lu-Status. Äh, wo ist denn der Kevin? Na wer... Wer ist jetzt da der Felix? Wer? Ja. Ey, du hast ja... Lohnunternehmer-Status setzen. Jetzt müssen wir's gehen. Geht's jetzt? Warte. So... Habt ihr's jetzt hängen gerichtet, oder? Wie ist's, oder was? Er tut noch seine Messer schleifen. Warte, was, wenn... Neues gerichtet. Jetzt passt's. Oh, Mann. Das geil ist aber normalisch. So, der Le... Habe ich jetzt einen... Ah... Ähm... Jetzt muss ich mal zum Kevin... Äh, zum Felix gehen. Ist der Felix noch da? Ja. Ähm... Ihr habt... Habt ihr einen Ladewagen zum Auslaufen? Ähm... Äh... 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 Ich laufe... Ne, der kommt doch gerade da, oder? Achso, ja, was? Jetzt willst du den von mir ausleihen? Äh, ja. Was hast denn du pro Stunde, Preis? Ähm... 300. 300. Okay, passt. Verrechne mal dann. Yo. Ich muss jetzt schnell noch hier bei mir einfach einen ganz kleinen haben. Bei mir sind der Le 4 Bonnen, oder so. Oh, ja. So, dann laden geht's da hin. Wo ist denn der Herr Kollege? Weiß nicht, du hast da Leben? Ja. Leben? Leben? 10. Wo bist du denn? Ich habe einen Ladewagen. Äh... Wie Preis pro Stunde? 6 Euro. Ja, äh... Passt. Sammelt das ein und bitte da hinten im Fahrsilo. Okay. Passt. Danke. Okay. Ich bin außerdem gerade bei euch am Rechen. Und bei dir. Jo. Gesucht. So, äh... Wo ist denn der Herr? Kommt da genau dann, wenn ich hier gerade mit dem L.U. wieder bei der Flitz. L.S. Profi? Ja, was los? Der Profi mit E. Äh... Danke für dein Angebot, aber der Dings... Äh... Der L.U. Der L.U. Der L.U. Der hat mal... Der hat mal einen besseren Preis gemacht. Tut mal laut. Ja, ja. Komm, ey. Jo, auf der kleinen Wiese da ein bisschen... Noch eine Wiese? Hopfen, ey. Na, das war's. Okay, gut. So. Vielleicht gönnen wir ja noch was. Sag mal wieder gewesen, Alter. Merke ich. Vielleicht gönnen wir mal die ganzen Felder da auf der ganzen Map. Ja, ja. Mach das. Mhm. Mhm. Und den L.S. Profi seinen ganzen Hof dazu und ihn als Sklave. Ja, ja. Mach das. Mach das. So, ähm... Bäh. Muss ich mal kurz zum... L.U. Ja. Ja, ja, ja. Ähm... Wer ist denn grad bei mir am Dreschen? Ich. Äh... Hast du schon einen Anhänger dort oder soll ich ihn vorbeibringen? Du bringst mal ihn bitte vorbei. Passt. Ich mach mich auf den Weg. Jo. Das war das Fakt 25, oder? Äh... Ah, 14. Mach mich auf den Weg. Bin in ein paar Minuten bei dir. Jo. Passt. Tschüssi. Jo. So. Jetzt werden wir den Kollegen fertig machen. Jetzt müssen wir 6 Millionen auf mein Konto eingehen. Ja, ja. Warte mal. Na, Spaß. So. Was macht denn Herr Kollege? So. Dann werden wir das in der Folge fertig machen. In der nächsten werden wir wahrscheinlich dann die Silage produzieren. So. So. Und so geht es eben dahin. Und dann passt es. Wow. Oh. Wow. Wow. Ey, warte. Ich glaub die sind ein Betoniert oder die Strompfosten. So. So. Peace. Du sch 900. Ah, diesen wird wiedervaend mit dem Luder. Nicht gut. Interesting gut. Oba, noch immer mehr meiner demek问题. Ich hab nicht mehr. Oba, mich denn bemwärt vallそれでは. fertig machen so dann fahren wir mal zu den wo es war ich muss mal kurz oben es ist der gut unten es ist nicht gut aber das wird schon so jetzt sind wohl mal jetzt müssen wir einmal da um jetzt zur großfläche auf jeden fall beim antikarfen aber trotzdem nichts in die kommentare schreiben weil sonst dann ist wieder so hat der kollege top auspasst alle leute geschnappt hier na ja ja schon fertig und zwar wie schaust du aus dem jetzt weil der kaffee muss man dort sprechen sagst du welches und dann wenn ich interesse habe müssen wir halt gegenseitig gucken wir dass man sie bietet da hat neben vielleicht eine 40 die kleine deutsche ist auf jeden fall am stadt also die kleine großfläche da die 41 neben eine 40 da wo ich gerade bin neben der 14 meinst du na da bei der biogasanlage unter der 21 die 21 willst du wo bist du jetzt gerade hä ich ja da bei vielleicht 40 da auf der großfläche da die willst du haben oder was siehst du das nicht ich guck doch da mach doch einmal die karte auf und du siehst ich guck doch ohne karte dann schau doch einmal da unten da ja ich bin doch gerade ich bin da überlegen schon vielleicht ein interesse komm nimm die scheiße kann ich nehmen ja nimm es danke tschüssi so jetzt werden wir mal zum l u unternehmer gehen grüßi gott also ich hätte schon einmal die nächste aufgabe zum großmen und zwar unter dem bei feld 41 oder daneben des vierkarte groß sollte die gang ob mit da wo der l u levin unterwegs ist so ja das fällt hätte gern ob mit so wie unten bei mona fällt also ein schwarter blog passt und wie schaut sein klaus mit abrechnung ok passt bis denn so dann ist also fertig und schon wieder die zeit um aber naja was muss man alles so machen in einer aufnahme das ist schon spannend wie die sorgen schauen wir noch kurz auf dem hofer bei was das so abgeht und dann haben wir aber glaube mit der folge schon wieder zu ende so wie schätzen damit düngetechnisch aus aber da wird man nichts angezeigt aber naja es macht ja nichts doch wie schätzen da oben aus feld 14 braucht haben wir pflügen auch an ja da müssen wir pflügen auch pflügen kalken und unkraut ja aber was wir so machen das sehen wir uns in der nächsten folge dann würde ich sagen warst du schon wieder mit der folge schaut beim lieben ls profi vorbei lasst gerne eine bewertung beim da und natürlich beim ja vergisst nicht zu spionieren und die vorschläge was er macht so auch in die kommentare schreiben und dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut ciao ciao